So. Ich will hier wieder runter. Ach, hier war ich hochgeklettert. So war das. So. 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 Da, der pennt. Der pennt. Ah, jetzt pennt er nicht mehr. Okay. So geht's auch. Ach, da hab ich schon einen drin. Äh. Ach stimmt, hier stand ja einer rum, ne? Hm. Wo mach ich denn mit dem jetzt? Oh, dann legen wir den da hin. Ja, scheiß Stuhl hier. Ja, verdammt. Und hier hat halt jetzt noch mal einer gehört. Ne, hat nicht. Gut. Ähm. Dann schauen wir doch mal hier hoch. Da rennt einer rum. Ach so, und das ist... So. Hä? Du siehst mich nicht, du siehst mich nicht. Ich würde ja am liebsten jetzt da rausspringen und den töten. Steilerts. So. Jetzt stellt er sich da hin, der Doof, ne? Hm. Ach, das gibt's doch gar nicht. Hm. Weißt du was? Fuh. Faxen dicke. Und die legen wir zu deinem Kollegen da. Kann ich das Messer wieder mitnehmen? Schade. Hm. So. Dann gehen wir jetzt mal hier hoch. Oh, ja. Stimmt ja, da rennt er ja auch noch herum. Während da hinten einer steht. Aber wir wissen ja jetzt, dass wir lautlos genug sind beim Kellen, ne? Können dem also durchaus, wenn er mich jetzt nicht sieht? Hm, sieht mich. Was hocke ich mich da auch so hin, dass man mich sehen kann? Hm. Die Schatten sind hilfreich, aber die sind natürlich kein... Ich bin jetzt unsichtbar. Ganz logisch. Ähm. So. Geben wir aber nochmal. Den da wegnehmen. Zu seinem Kollegen hier liegen. So. So. Na, siehst du, der andere kriegt das nämlich nicht mit. Noch nicht mal die kaputtgehende Flasche hat er mitgekriegt. Kann man dich jetzt da hinter dem Rücken von dem Kerl da in die Kiste verspacken? Ja. Und dann nehmen wir uns den nämlich auch noch vor. Ich hätte mir das Ember klauen sollen vorher. Ja, wo immer ich den jetzt verstecke. Hm. Komm, hier, Mäckchen. So. So. Äh, da, da, da waren wir schon drin. Nein. Ach, das Platschgeräusch ist mir doch etwas zu heikel. Bleiben wir lieber im Gedukten. Versteck ist noch 30 Meter darüber. Und da oben wandert einer rum. Ähm. Oh. Da steht einer. Alter, hier ist ja richtig was gebacken. Da wandert auch einer. Steht da noch einer? hmmm. Da wandert einer. Ja, da steht wirklich einer. Aber Junge, ich bin hier euer Ernst. Ohm. Wo komme ich denn da hin? Von hier aus mache. Hat das da schon mal aus? Ja, strange. Geht vor euren Augen einfach was aus, ne? Sowas. Ja, an die da oben kombinieren. Keine Chance. Keine Schocks. Gehen wir noch mal hier. Hier habe ich ja recht freie Bahn jetzt. Vor allem kann ich mir hier noch mal Sand mitnehmen. So. Dann kann ich nämlich von hier aus mal gucken. Hier kann ich da hoch. Und ich kann... Da putzt einer. Auf jeden Fall gepflegt schon mal sehr viele Fackeln von hier aus ausmachen. Das ist schon mal sehr von Vorteil, würde ich sagen. Und mir vor allem auch direkt wieder neuen Sand holen. Subti doodilup. So. Na komm. Gib her. So. 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 So, so. F5 ist mein Freund. Habt ihr aber sicher schon gemerkt, wie oft ich das da oben... auch da unten liegt auch neuer sand guck mal aber wir oft da oben neuer sand eingeblendet wird speichern eingeblendet wird habt ihr sicher schon festgestellt so tief wollte ich nicht runter springen okay da sind auch welche zack erst mal dunkel machen komme ich denn hier hin okay interesting ach jetzt bin ich hier ja hat mich jetzt wirklich weitergebracht dann springen wir einfach mal hier hoch nein da hat sich nichts bewegt nein 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 wo war denn das auch da komm du bist so blind du kannst nicht hier rüber gucken was habe ich denn hier guck mal an och och guck an auch nicht schlecht so haben wir hier einen da hinten steht einer der braucht mich aber jetzt im moment nicht interessieren würde ich mal behaupten zack oh der da jetzt angewandert kommt wo sind die noch da weißt du was so jetzt hoffe ich mal dass die sich alle wieder beruhigen ja hier sind natürlich jetzt alle aufmerksam jetzt mal auf endlich ja ihr habt ja gar nicht geguckt hier kann ich nicht aufmachen tja kann ich hier irgendwie hoch nein hmm 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 Alter! Ich hatte jetzt gehofft, dass ich einfach nur ganz schnell zu dem rüber kann und dem dann auch eine verpassen. Amiga denkt dran, es ist ein Schleichspiel und angeblich theoretisch ohne Tötung möglich, wobei ich das immer noch nicht glaube, irgendwie. Da habe ich mal ein Schlückchen aus der Tasse genommen. Ja. So, dich hat es jetzt leise erwischt. Genau. Nein, Leiche. Leiche verstecken. So. Gut. Versteck ist 33 Meter. Da unten. Ist er wirklich da unten? Ähm. Nein. Äh. Ich will mich doch nur umgucken, du doof. Genau, da war nichts. Ganz deiner Meinung, da war nichts. Hier rennt aber auch überall irgendeiner rum, ne? Das ist echt irre. Ja. Und nehmen wir mal einen Goldharztrank. So. So. Vielen Dank.